Die 9. Armee die vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht. Ich gehe jetzt nicht mit der Befehl, die fünf 554 005 Ja, das müssen Sie machen! Mein Führer, die Zeit, der Lehmann steht noch fest, ich glaube, mein Führer, vielleicht kann es hier wirklich sein, oder? Sie haben eine Eisenbahnfahrt über den Boden. Ja, 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 ja! Ja, vielleicht schon dort! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!